6e, sie gingen in unregelmäßiger Reihe nebeneinander alle vier, soweit es möglich war, aber bald, wenn Entgegenkommende vorbeigingen, musste Settembrini, der den rechten Flügel hielt, auf die Fahrstraße treten, bald löste ihre Front durch das Zurückbleiben und Einlenken einzelner Glieder, Naftas etwa linkerseits, oder Hans Castorps, der den Platz zwischen dem Humanisten und Vetter Joachim hatte, sich vorübergehend auf. Nafta lachte kurz, mit einer vom Schnupfen sordinierten Stimme, die beim Sprechen an den Klang eines gesprungenen Tellers erinnerte, an den man mit dem Knöchel klopft. Indem er mit dem Kopf seitlich zu dem Italiener hinüberwies, sagte er mit schleppendem Akzente, man hört den Voltarianer, den Rationalisten, er lobt die Natur, weil sie uns auch bei Fertilster gelegen hat, nicht mit mystischen Dämpfen verwirrt, sondern klassische Trockenheit wahrt. Wie hieß doch die Feuchtigkeit auf Lateinisch? Der Humor, rief Settembrini über die linke Schulter, der Humor in der Naturbetrachtung unseres Professors besteht darin, dass er, wie die heilige Katharina von Siena, an die Wunden Christi denkt, wenn er rote Priemeln sieht. Nafta erwiderte, das wäre eher witzig als humoristisch, aber es hieße immerhin Geist in die Natur zu tragen. Sie hat es nötig. Die Natur, sagte Settembrini mit gesenkter Stimme und nicht mehr völlig über die Schulter hinweg, sondern nur noch an ihr hinunter, hat ihren Geist durchaus nicht nötig. Sie ist selber Geist. Sie langweilen sich nicht mit ihrem Monismus? Ah, sie geben also zu, dass es Vergnügungssucht ist, wenn sie die weltfeindlichen Zweien, Gott und Natur auseinanderreißen? Es interessiert mich, dass sie Vergnügungssucht nennen, was ich im Sinne habe, wenn ich Passion und Geist sage. Zu denken, dass sie, der so große Worte für so frivole Bedürfnisse setzt, mich manchmal einen Redner nennen. Sie bleiben dabei, dass Geist Frivolität bedeutet. Aber er kann nichts dafür, dass er von Hause aus dualistisch ist. Der Dualismus, die Antithese, das ist das Bewegende, das Leidenschaftliche, das Dialektische, das Geistreiche Prinzip. Die Welt feindlich gespalten sehen, das ist Geist. Aller Monismus ist langweilig. Solet Aristoteles querere pugnam. Aristoteles? Aristoteles hat die Wirklichkeit der allgemeinen Ideen in die Individuen verlegt. Das ist Pantheismus. Falsch. Geben sie den Individuen substanziellen Charakter. Denken sie das Wesen der Dinge aus dem Allgemeinen fort in die Einzelerscheinung, wie Thomas und Bonaventura es als Aristoteliker taten, so haben sie die Welt aus jeder Einheit mit der höchsten Idee gelöst. Sie ist außergöttlich und gotttranszendent. Das ist klassisches Mittelalter, mein Herr. Klassisches Mittelalter ist eine köstliche Wortverbindung. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich lasse den Begriff des klassischen Stadthaben, wo er am Platze ist, das heißt, wo immer eine Idee auf ihren Gipfel kommt. Die Antike war nicht immer klassisch. Ich stelle eine Abneigung gegen die Freizügigkeit der Kategorien bei Ihnen fest, gegen das Absolute. Sie wollen auch nicht den absoluten Geist. Sie wollen der Geist, das sei der demokratische Fortschritt. Ich hoffe uns einig in der Überzeugung, dass der Geist, so absolut er sei, niemals den Anwalt der Reaktion wird machen können. Er ist jedoch immer der Anwalt der Freiheit. Doch Freiheit ist das Gesetz der Menschenliebe, nicht Nihilismus und Bosheit, wovor sie offenbar Angst haben. Settembrini warf den Arm über den Kopf, das Geplänkel brach ab. Joachim blickte verwundert von einem zum anderen, während Hans Castorp mit hochgezogenen Brauen auf seinen Wecker niedersah. Nafta hatte scharf und apodiktisch gesprochen, wie wohl er es gewesen war, der die weitere Freiheit verfochten hatte, besonders seine Art mit Falsch zu widersprechen, bei dem Sch laut die Lippen vorzuschieben und dann den Mund zu verkneifen, war unangenehm. Settembrini hatte ihm teils auf heitere Weise Widerpart gehalten, teils auch eine schöne Wärme in seine Worte gelegt, etwa dort, wo er zur Einigkeit in gewissen Grundgesinnungen ermahnt hatte. Jetzt, während Nafta schwieg, begann er, den Vättern die Existenz des ihnen Fremden zu erläutern, womit er dem Bedürfnis nach Aufklärung entgegenkam, das er nach seinem Wortwechsel mit Nafta bei ihnen voraussetzte. Dieser ließ es geschehen, ohne sich darum zu kümmern. Er sei Professor der alten Sprachen in den obersten Klassen des Fridericianums, erklärte Settembrini, indem er den Stand des Vorzustellenden nach italienischer Art möglichst pomphaft herausstrich. Sein Schicksal sei dem seinen Settembrinis eigenem gleich. Durch seinen Gesundheitszustand vor fünf Jahren heraufgeführt, habe er sich überzeugen müssen, dass er des Aufenthalts für lange Frist bedürftig sei, habe sein Sanatorium verlassen und sich privat ansässig gemacht bei Lukacek, dem Damenschneider. Des hervorragenden Latinisten, zöglings einer Ordensschule, wie er sich etwas unbestimmt ausdrückte, habe sich klugerweise die höhere Lehranstalt des Ortes als eines Dozenten versichert, der ihr zu Zierde gereiche. Kurz, Settembrini erhob den hässlichen Nafta nicht wenig, obgleich er doch eben noch etwas wie einen abstrakten Streit mit ihm gehabt und obgleich dieser streitähnliche Wortwechsel sich sogleich fortsetzen sollte. Settembrini ging nämlich jetzt dazu über, Herrn Nafta Erläuterungen über die Vettern zu geben, wobei sich übrigens zeigte, dass er ihm schon früher von ihnen erzählt hatte. Dies sei also der junge Ingenere mit den drei Wochen, bei dem Hofrat Behrens eine feuchte Stelle gefunden habe, sagte er, und dies hier jene Hoffnung der preußischen Heeresorganisation Leutnant Ziemsen. Und er sprach von Joachims Gemütsempörung und Reiseplänen um hinzuzufügen, dass man dem Ingenere zweifellos zu nahe treten würde, wenn man ihm nicht dieselbe Ungeduld zuschriebe, zur Arbeit zurückzukehren. Nafta verzog das Gesicht, er sagte, Die Herren haben da einen berätenden Vormund. Ich hüte mich zu bezweifeln, dass er ihre Gedanken und Wünsche zutreffend verdolmetscht. Arbeit, Arbeit, ich bitte, gleich wird er mich, einen Feind der Menschheit schelten, ein inimicus humana naturae, wenn ich es wage, an Zeiten zu erinnern, wo er mit dieser Fanfare den gewohnten Effekt durchaus nicht erzielt hätte, nämlich an Zeiten, wo das Gegenteil seines Ideals in unvergleichlich höheren Ehren stand. Bernhard von Clairvaux et Vallette, eine andere Stufenfolge der Vollkommenheit, als Herr Ludovico sich je hat träumen lassen. Wollen Sie wissen, welche? Sein unterster Stand befand sich in der Mühle, der zweite auf dem Acker, der dritte und lobenswerteste aber, hören Sie nicht zu, Settembrini, auf dem Ruhebette. Die Mühle, das ist das Sinnbild des Weltlebens, nicht schlecht gewählt. Der Acker bedeutet die Seele des weltlichen Menschen, darauf der Prediger und geistlicher Lehrer wirkt. Diese Stufe ist schon würdiger. Auf dem Bette aber, genug, wir wissen, wir wissen, hier rief Settembrini, meine Herren, jetzt wird er Ihnen Zweck und Gebrauch des Lotterbettes vor Augen führen. Ich wusste nicht, dass Sie prüde sind, Ludovico. Wenn man Sie den Mädchen zuzwinkern sieht, wo bleibt die heidnische Unbefangenheit? Das Bett also ist der Ort der Beiwohnung des Mindenden mit dem Gemeinten und der Zymbolon in die beschauliche Abgeschiedenheit von Welt und Kreatur zum Zwecke der Beiwohnung mit Gott. Pfui, Andate, Andate, wehrte der Italiener fast weinend ab. Man lachte. Dann aber fuhr Settembrini mit Würde fort. Oh nein, na nein, ich bin Europäer, Okzidentale. Ihre Rangordnung da ist reiner Orient. Der Osten verabscheut die Tätigkeit. Lao Tse lehrte, dass Nichtstun förderlicher sei als jedes Ding zwischen Himmel und Erde. Wenn alle Menschen aufgehört haben würden zu tun, werde vollkommene Ruhe und Glückseligkeit auf Erden herrschen. Da haben sie ihre Beiwohnung. Was sie nicht sagen und die abendländische Mystik und der Kreatismus, der Fennelon zu den Seinen zählen darf und der lehrte, dass jedes Handeln fehlerhaft sei, da tätig sein zu wollen, Gott beleidigen heiße, der allein handeln wolle? Ich zitiere die Propositionen von Molynos. Es scheint doch, dass die geistige Möglichkeit, das Heil in der Ruhe zu finden, allgemeine menschliche Verbreitung besitzt. Hier griff Hans Castorp ein. Mit dem Mut der Einfalt mischte er sich ins Gespräch und äußerte ins Leere blickend, Beschaulichkeit, Abgeschiedenheit. Es hat was für sich. Es lässt sich hören. Wir leben ja ziemlich hochgradig abgeschieden. Wir hier oben, das kann man sagen, 5000 Fuß hoch liegen wir auf unseren Stühlen, die auffallend bequem sind und sehen auf Welt und Kreatur hinunter und machen uns unsere Gedanken. Wenn ich mir es überlege und soll die Wahrheit sagen, so hat das Bett, ich meine damit den Liegestuhl, verstehen Sie wohl, mich in zehn Monaten mehr gefördert und mich auf mehr Gedanken gebracht als die Mühle im Flachlande all die Jahre her. Das ist nicht zu leugnen. Settembrini sah ihn mit traurig schimmernden, schwarzen Augen an. Ingeniere, sagte er gepresst. Ingeniere. Und er nahm Hans Castorp am Arm und hielt ihn ein wenig zurück gleichsam, um hinter dem Rücken der anderen Privatteam auf ihn einzureden. Wie oft habe ich ihnen gesagt, dass man wissen sollte, was man ist und denken, wie es einem zukommt. Sache des Abendländers, trotz aller Propositionen, ist die Vernunft, die Analyse, die Tat und der Fortschritt, nicht das Faulbett des Mönches. Nafta hatte zugehört. Er sprach nach hinten. Des Mönchs? Man dankt den Mönchen die Kultur des europäischen Bodens. Man dankt ihnen, dass Deutschland, Frankreich und Italien nicht mit Wildwald und Ursümpfen bedeckt sind, sondern uns Korn, Obst und Wein bescheren. Die Mönche, mein Herr, haben sehr wohl gearbeitet. Ebbe, nun also. Ich bitte, die Arbeit des Religiösen war weder Selbstzweck, das heißt Betäubungsmittel, noch lag ihr Sinn darin, die Welt zu fördern oder geschäftliche Vorteile zu erlangen. Sie war reine asketische Übung, Bestandteil der Bußdisziplin, Heilsmittel. Sie gewährte Schutz gegen das Fleisch, diente der Abtötung der Sinnlichkeit. Sie trug also, erlauben Sie mir, das festzustellen, völlig unsozialen Charakter. Sie war ungetrübtester religiöser Egoismus. Ich bin Ihnen für die Aufklärung sehr verbunden und freue mich, den Segen der Arbeit auch gegen den Willen des Menschen, sich bewähren zu sehen. Ja, gegen seine Absicht. Wir bemerken da nichts Geringeres als den Unterschied zwischen dem Nützlichen und dem Humanen. Ich bemerke vor allem mit Unmut, dass sie schon wieder Weltentzweigung treiben. Ich bedauere mir, Missfallen zugezogen zu haben, aber man muss die Dinge scheiden und ordnen und die Idee des Homo Dei von unreinen Bestandteilen freihalten. Ihr Italiener habt das Wechslergeschäft und die Banken erfunden, das verzeihe euch Gott. Aber die Engländer erfanden die ökonomistische Gesellschaftslehre und das wird der Genius des Menschen Ihnen niemals verzeihen. Ah, der Genius der Menschheit war auch in den großen ökonomischen Denkern jener Inseln lebendig. Sie wollen sprechen, Ingenieure? Das leugnete Hans Castorp, sagte aber dennoch, und Nafta, sowohl wie Settembrini, hörten ihm mit einer gewissen Spannung zu. An dem Beruf meines Vaters müssen Sie dem auch Gefallen gefunden haben, Herr Nafta, und einverstanden sein mit seiner Ungeduld, ihn zu ergreifen. Ich bin ja Zivilist, durch und durch, mein Vetter macht es mir öfters zum Vorwurf. Ich habe nicht einmal gedient und bin ganz ausgesprochen ein Kind des Friedens und habe sogar schon manchmal gedacht, dass ich sehr gut auch geistlicher hätte werden können. Fragen Sie unseren Vetter. Ich habe verschiedentlich so etwas geäußert. Aber wenn ich von meinen persönlichen Neigungen mal absehe, und vielleicht brauche ich genau genommen gar nicht so ganz davon abzusehen, so habe ich eine Menge Verständnis und Neigung für den militärischen Stand. Es hat ja eine verteufelt ernsthafte Bewandtnis damit, eine asketische, wenn Sie wollen, Sie waren vorhin so freundlich, den Ausdruck irgendwie zu gebrauchen, und immer muss er damit rechnen, es mit dem Tode zu tun zu bekommen, mit dem ja letzten Endes auch der geistliche Stand es zu tun hat. Womit denn sonst? Und daher hat der Soldatenstand die Bien-Séance und die Rangordnung und den Gehorsam und die spanische Ehre, wenn ich so sagen darf, und es ist ziemlich gleich, ob einer einen steifen Uniformkragen trägt oder eine gestärkte Halskrause. Es kommt auf dasselbe hinaus, auf das Asketische, wie Sie vorhin so hervorragend sich ausdrückten. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, Ihnen meinen Gedankengang? Doch, doch, sagte Nafta und warf einen Blick zu Settembrini hinüber, der seinen Stock drehte und den Himmel betrachtete. Und darum meine ich, fuhr Hans Castorp fort, dass die Neigungen meines Vätters Ziemsen Ihnen sympathisch sein müssten, nach allem, was Sie sagen. Ich denke da nicht an Thron und Altar und solche Verbindungen, womit manche Leute, so schlechthin ordnungsliebende und einfach bloß wohlgesinnte Leute, die Zusammengehörigkeit manchmal rechtfertigen. Sondern ich denke daran, dass die Arbeit des Soldatenstandes, das heißt der Dienst, in diesem Falle spricht man von Dienst, absolut nicht um geschäftliche Vorteile willen geschieht und zur ökonomischen Gesellschaftslehre, wie Sie sagten, gar keine Beziehungen hat. Weshalb denn auch die Engländer nur wenig Soldaten haben, ein paar für Indien und ein paar zu Hause für die Parade. Es ist zwecklos, dass die Fortfahreningenieure unterbrach in Settembrini, die soldatische Existenz, ich sage das, ohne unserem Leutnant zu nahe treten zu wollen, ist geistig indiskutabel, denn sie ist rein formal, an und für sich, ohne Inhalt. Der Grundtypus der Soldaten ist der Landsknecht, der sich für diese oder auch jene Sache anwerben ließ. Kurzum, es gab den Soldaten der spanischen Gegenreform, den Soldaten der Revolutionsheere, den napoleonischen, den Garibaldis, es gibt den preußischen. Lassen Sie mich über den Soldaten reden, wenn ich weiß, wofür er sich schlägt. Dass er sich schlägt, versetzte Nafter, das bleibt immerhin eine greifbare Eigentümlichkeit seines Standes, lassen wir das gut sein. Es ist möglich, dass sie nicht hinreift, diesen Stand in ihrem Sinne geistig diskutabel zu machen, aber sie rückt ihn in eine Sphäre, wo rein bürgerlicher Lebensbejahrung jeder Einblick verwehrt ist. Was Sie, bürgerliche Lebensbejahrung, zu nennen belieben, entgegnete Herr Settembrini mit dem vorderen Teil seiner Lippen, während seine Mundwinkeln unter dem geschwungenen Schnurrbart sich straff in die Breite zogen und sein Hals sich auf ganz eigentümliche Art schräg und rückweise aus dem Kragen herausschraubte. Wird immer bereit gefunden werden, für die Ideen der Vernunft und der Sittlichkeit und für ihren rechtmäßigen Einfluss auf junge, schwankende Seelen in jeder beliebigen Form einzutreten. Ein Schweigen folgte, die jungen Leute blickten betroffen vor sich hin. Nach einigen Schritten sagte Settembrini, der Kopf und Hals wieder in natürliche Stellung gebracht hatte, Sie dürfen sich nicht wundern, dieser Herr und ich, wir zanken uns oft, aber es geschieht in aller Freundschaft und aufgrund manchen Einverständnisses. Das tat wohl, es war ritterlich und human von Herrn Settembrini. Aber Joachim, der es ebenfalls gut meinte und das Gespräch harmlos fortzuführen gedachte, sagte trotzdem, als stünde er unter irgendeinem Druck und Zwang und gleichsam gegen seinen Willen, Zufällig sprachen wir vom Kriege, mein Vetter und ich, vorhin, als wir hinter ihn gingen. Das hörte ich, antwortete Nafta. Ich fing das Wort auf und sah mich um. Politisierten sie, erörterten sie die Weltlage. Oh nein, nein, lachte Ansgar Stob. Wie sollten wir dazu wohl kommen? Für meinen Vetter hier wäre es von Berufswegen gerade zu unpassend, sich um Politik zu kümmern und ich verzichte freiwillig darauf, verstehe gar nichts davon. Seit ich hier bin, habe ich noch nicht einmal eine Zeitung in der Hand gehabt. Settembrini fand das wie früher schon einmal tadelnswert. Er zeigte sich sofort aufs Beste unterrichtet über die großen Verhältnisse und beurteilte sie beifällig insofern, als die Dinge einen der Zivilisation günstigen Verlauf nehmen. Die europäische Gesamtastmosphäre sei von Friedensgedanken, von Abrüstungsplänen erfüllt. Die demokratische Idee marschiere. Er erklärte, vertrauliche Informationen zu besitzen, dahingegen, das Jungtürkentum beende soeben seine Vorbereitung zu grundstürzenden Unternehmungen. Die Türkei als National- und Verfassungsstaat. Welch ein Triumph der Menschlichkeit. Liberalisierung des Islams, spottete Nafta vorzüglich. Der aufgeklärte Fanatismus, sehr gut. Übrigens geht das sie an, wandte er sich an Joachim. Wenn Abdul Hamid fällt, ist es mit ihrem Einfluss in der Türkei zu Ende und England wirft sich zum Protektor auf. Sie müssen die Verbindungen und Informationen unseres Settembrini durchaus ernst nehmen, sagte er zu den beiden Vättern. Und auch dies klang impertinent, da er sie für geneigt zu halten schien, Herrn Settembrini nicht ernst zu nehmen. In national-revolutionären Dingen weiß er Bescheid. Bei ihm zu Hause unterhält man gute Beziehungen zum englischen Balkankomitee. Was wird aber aus den Abmachungen von Rival Lodovico, wenn ihre Fortschritte Glück haben? Eduard VII. wird den Russen die Öffnung der Dardanellen nicht mehr zugestehen können und wenn Österreich sich trotzdem zu einer aktiven Balkanpolitik aufrafft, so, mit ihrer Katastrophen-Prophetie, wehrte Settembrini ab, Nikolaus liebt den Frieden, man verdankt ihm die Konferenzen im Haag, die moralischen Tatsachen ersten Ranges bleiben. Ei, Russland musste sich nach seinem kleinen Missgeschick im Osten noch etwas Erholung gönnen. Pfui, mein Herr, sie sollten die Sehnsucht der Menschheit nach ihrer gesellschaftlichen Vervollkommnung nicht verhöhnen. Das Volk, das solche Bestrebungen durchkreuzt, wird sich unzweifelhaft der moralischen Ächtung aussetzen. Wozu wäre die Politik auch da, als einander Gelegenheit zu geben, sich moralisch zu kompromittieren? Sie huldigen dem Pan-Germanismus? Gelegenheit zu Vielen Dank.